Und meine Leidenschaft ist leider fort, die mich verhinderte, sie in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit zu sehen. Wann wird mein Herz zur Ruhe kommen? Wann werde ich einmal diese peinlos sein? Trotz alledem wünsche ich dir, glaube ich, nichts Böses. Und ich würde mich schließlich ohne Widerspruch hineinfinden, dass du glücklich wirst. Aber wie in aller Welt könntest du es sein, wenn du ein Herz hast? Ich werde dir noch einen Brief schreiben, um dir zu zeigen, dass ich vielleicht in einiger Zeit ruhiger bin. Es wird mir ein Genuss sein, dir deine Ruchlosigkeiten vorzuhalten, sobald sie mich nicht mehr so lebhaft berühren. Und wenn ich erst zu weit bin, dir mitzuteilen, dass ich dich verachte, dass ich im Stand bin, mit großer Gleichgültigkeit davon zu sprechen, wie du mich hintergangen hast, dass alle meine Schmerzen vergessen sind und dass ich mich deiner nur erinnere, wenn's mir gerade einmal einfällt. Zugeben muss ich immer noch, dass du große Überlegenheit über mich besaßest und dass du mich mit einer Leidenschaft erfüllt hast, über der ich den Verstand verlor. Aber du darfst dir nicht viel darauf einbilden. Ich war jung, leichtgläubig, seit meiner Kindheit eingeschlossen in diesem Kloster. Alle Menschen, die ich sah, waren nicht sehr einnehmend. So schöne Dinge, wie du sie mir beständig sagtest, hatte ich nie gehört. Es kam mir vor, als verdankte ich dir die Vorzüge und die Schönheit, die du an mir entdecktest und mir zum Bewusstsein brachtest. Man sprach gut von dir, alle Welt war auf deiner Seite. Du tatest alles, wessen es bedurfte, Liebe in mir aufzuregen. Aber ich habe endlich diese Verzauberung abgeschüttelt. Du hast mich redlich dabei unterstützt und ich verberge dir nicht. Ich hatte solchen Beistand außerordentlich nötig. Deine Briefe gehen an dich zurück. Nur die beiden letzten will ich sorgfältig aufbewahren und von Zeit zu Zeit lesen. Noch öfter womöglich, als ich die ersten gelesen habe. Das wird mich vor allem schwach werden schützen. Sie sind mir teuer zu stehen gekommen, diese Briefe. Ich sehe, ich beschäftige mich noch zu viel mit meinen Vorwürfen und mit deiner Untreue. Doch du weißt, ich habe mir versprochen, einen ruhigeren Zustand zu erreichen und ich werde es durchsetzen. Oder ich muss irgendein äußerstes Mittel wider mich gebrauchen, das dir nicht sehr nahe gehen wird, wenn du davon erfährst. Aber ich will nichts mehr von dir. Ich bin eine Narrin, dass ich immer wieder dasselbe sage. Dich aufgeben, nicht mehr an dich denken. Das ist alles, was Not tut. Ich glaube sogar, ich werde nicht mehr schreiben. Bin ich am Ende verpflichtet, dir genaue Rechenschaft abzulegen, über alle meine verschiedenen Gefühle? Das war Portugiesische Briefe Die Briefe der Marianne Alcoforado Übertragen von Rainer Maria Rilke Gelesen von Lisa Wildmann Eine Produktion des Monoverlags Wie wird er zum Beispiel dafür gezogen? Die Briefe der Gavin